Hey, und willkommen auf unserem Kanal. Hä? Und? Du bist nicht nur einer? Nee, hier machen doch Tobias und Florian mit. Und wie heißt du dann? Ich? Ich heiße Torben. Das musst du doch wissen. Oh, hallo Torben. Was macht ihr denn auf eurem Kanal? Ja, den ganzen Standardkram. Also Minecraft, Minecraft und Minecraft. Das heißt, ihr bringt nur Minecraft? Hauptsächlich, ja. Aber manchmal kommen auch andere Spiele. Also seid ihr auch solche Standard-Lizplayer? Ja, kann man so sagen. Aber es gibt ein paar Besonderheiten bei uns. Aha, welche sollen das sein? Wir lassen euch entscheiden, was wir spielen sollen. Okay, das ist cool. Aber es war nur eine Besonderheit. Ja, ja, da hast du schon recht. Aber unsere Art euch zu unterhalten ist ja auch echt besonders. Wieso denn das? Wir sind meistens echt verplant und ziemlich schräg drauf. Vor allem in den Videos zu dritt. Okay, also das volle Standardprogramm. Genau. Gut, dann bin ich wieder weg. Bye. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.